Das Wort zum Fussball von Bülent Ceylan als der Harra. Hallo ihr Barlinger, schön, dass ihr da seid. Extra runtergestiegen vom Königshocker. Ne, Kaiserstuhl. Der neue aus Amerika, wie ist er, der Brian Gaul. Der ist so fast geschenkt, oder? Mal sehen, wie das weitergeht mit dem Leben des Brian. Aber heut, gegen uns, da ist ein guter Milo-Rad teuer. Egal, vom Fussballgott sind wir alle gleich, deswegen, ich denke, das wäre das super Spitzenspiel. Waldhof, Uuuuh, Jeppi!